Im Siemenswerk Krefeld-Uerdingen findet die Fertigung der Desiro-Züge statt. Hier entsteht der neue Star am Rhein. Vom Schneiden der ersten Außenfassaden bis zum Einbau der hochmodernen Technik findet die komplette Produktion bei Siemens statt. Auch die Innenausstattung des Zuges wird in diesem Werk vorgenommen. Bis hin zu den Testfahrten auf dem Siemens-Betriebsgelände ist das ein langer Weg. Viele hochspezialisierte Fachkräfte sorgen dafür, dass der Desiro zu einem der modernsten Züge der Welt wird. Die Präsentation des Zuges in der Halle des Siemens-Testgeländes löste deshalb im Vorfeld schon fachübergreifende Begeisterung aus. Transregio Zug für Zug hohen Fahrgastkomfort genießen. Der neue Star am Rhein. Monatengler 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 24 Minimum S J Technik 1 C